Hallo und herzlich willkommen schon mittendrin in der nächsten Runde, denn ich habe vergessen, war auf die letzten 50 Minuten. Irgendjemand ist gestorben. Irgendjemand ist in der Zeit schon gestorben. Hinter mir ist der Knox. Aber ich glaube, er ist irgendwo runtergefallen, weil ich habe keine Schüsse gehört. Die Karte ist auch nicht geladen, ich bin hier auch schon wieder wie auf Droge. Ja, das heißt, dir fehlen irgendwelche Spieldaten. Spaller soll ich das vorstellen. Spaller hatte doch einen Link dafür, dann kannst du sie zum nächsten Mal. Und auf Strike Sauce? Installiert nicht, nein. Dann solltest du das zum nächsten Mal tun. Der snipert mich gleich weg. Oh, nein, irgendjemand hat ihn weggesnipert. Das ist ein Vibe. Mit einer Rifle. Das heißt, wir haben hier eine Sniper-Karte. Du bist immer noch laut. Ich habe den Ingame-Boys-Chat einfach ausgestellt. Ich auch, ich höre gar nicht. Ich muss das aber jedes Spiel... Ach, komm! Ah, eine Symphonie für die Ohren. Wer ist da jetzt eigentlich der Traitor? Steht das schon fest? Ja, irgendjemand mit einer Rifle, der nicht ich bin. Lol, Advanced Shrimp bei mir in der Luft. What's zur Hölle? Alter, ah! Du hast ihn umgebracht, ich weiß es! Ich habe was? Ich weiß es! Also, im Turm war keiner. Hallo, Vanitas, warum guckst du mich da an? Hä? Was? Da Luft da. Seh dich gar nicht. Ups, da. Ups, da ist bestimmt Traitor. Bin ich nicht. Doch, bestür, bestür. Oh, hallo. I can't beobachten. Ah! So was... Irgendwer wurde weggesniped. Walitas schießt. Ich bin so ein lecker Schütze, wenn's um bewegende Ziele geht. Eitanitas. Okay, dann ist das wohl Viike. Und Viike war noch ganz hinten rechts unten. Da, so rechts unten. Der läuft da auch gerade. Wenn ich dir vertrauen. Ja. Sicher. Ich bin mir immer bitte von der Strike. So, Eggnox lebt auch noch, oder? Aber Spaller lebt noch. Warte. Lebt Spaller noch? Dann haben wir Spallars Leiche gefunden. Du kannst nämlich auch Spaller sein. Oh, that's skills. Pure skill. Genau, das ist so. Ganz hinten links war halt irgendwo unten. Oder einen Turm unten oder so. Seh' nicht, bevor ich von dir hinlaufen konnte. Aber ich weiß halt nicht, ob er so war. Aber ich hab jetzt eh schon auf ihn geschossen, von daher ist mir egal. Krieg ich schon Minuspunkte. Ich nehm mal einen Spaller, ist mir schon dauernd. War irgendwo runtergefallen. Also ist er wahrscheinlich der letzte. Weil Spaller fällt immer irgendwo runter. Seid bei dem App nicht mal. Ach komm, ich geh mal runter und such den. Musst ich nicht eigentlich. Ah, ah, ah. Ah, guck mal, guck mal, Weik. Ah, ah, ah. Ja, bist du. Ah, ich will auch. Ich will dasselbe. Warte, warte. Ja, weil ich nicht alles ausgemacht hab. Kannst du in die Smartpops nehmen? Warum machst du das überhaupt aus? Traitors? Lol, 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 Weik. Lol. Lol. Hahaha, ich hab Weik gekillt. Er hat auch fast geschossen, dass sich bewegt. Ah. Ja. Ja. Wahnsinn, dass du sechst ein guter Schütze. Ähm, du musst nur einmal eh draufdrücken. Ähm, du musst nur einmal eh draufdrücken. Oder, Edver? Hä? Du musst nur einmal eh draufdrücken. Ja. Das geht bei mir grad nicht. Vielleicht war die Runde schon. Uuuh. Ja, ich muss gerade der Mini-Mahle-Zalle verringern, weil der Eknox ja geliebt ist wegen seinen Problemen, mit denen er jetzt über uns spricht, mit uns sprechen möchte, denn er ist im Kuguliker. Hey, ich bin noch sieben Sekunden lang nichts. Ich bin Traitor. Ich bin Innocent. Innocent. Traitor. Innocent. Ich bin Yoda, glaub ich irgendwie. Innocent Traitor. Würdest du Yoda echt glauben? Ja, ich glaub ihm, dass er Traitor ist. Hey Weik, hey Weik, ja, schieß mich doch. Dann wissen alle, dass du vielleicht Traitor bist. Ich will ein bisschen in der Luft rumschießen, damit er Angst kriegt. Wow, wer schießt da? Weiß ich nicht. Achso, gut, das hätte Satan auch geklärt. Ich war's nicht. Ich bin Innocent. Er läuft da hinten, er läuft hier vorne. Kann man nach einem Durchfenster nicht sehen, das ist ja ganz schön scheiße. Was, wer schießt da? Ich. Da ist ein Vance. Ah, das ist wahrscheinlich... Gibt's da? Ja. Irgendwer snipet, irgendwas snipet. Ich hab Sniper-Schüsse gehört. Wer ist es? Keine Ahnung, ich hab nur Schüsse gehört. Weik kämpft da unter einem Ding, aber er ist es nicht. Ich glaub, es kommt aus dem Turm oben. Ich weiß grad nicht, wie ich da hinkomme von hier aus. Ich möchte euch wahr, ich habe mich... Sag mal noch aus dem Turm, ich höre die scheiß Sniper-Schüsse, aber ich komm da nicht hin. Weil ich nicht weiß, wie ich von hier aus da hinkomme. Da sind ja alle grad tot. Ne, ich lebe. Benz lebst du auch noch. Bin innocent. Was? Benz hat nicht geantwortet, von daher. Ich hab die Stadt direkt vor dir. Okay. Da ist noch einer am Turm. Das ist Schwaller oder so. Schwaller ist im Turm, da sag ich mir das nicht. Wer auch immer noch lebt. Keiner wahrscheinlich. Wird staut, das schießt mich hochkommend am Arsch. Oh, ich will eine Bombe. Also ich wollt mal sagen, ich hab drei Leute weggesnipht. Ja, mich auch, oder? Ja. Ich hab's nur mit dem üblichen Testteil rausgetan. Äh, Yoda warst du nicht in meiner Runde? In deiner was? Äh, in meiner, meiner, meiner Truppe? Warst du nicht ein Traitor? Nein. Benz war dein Traitor. Ich hab irgendeinen Traitor aus zu sehen angeschossen. Ich bin innocent. 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 Hast du meine Waffe vorhin gesehen, Yoda? Innocent. Was guckst du mich an? Was guckst du mich an? Ich geh ja schon weg, aber wenn ich... Deine Waffe habe ich gesehen, ja, ja. Deine komische... Ja, wenn ich vielleicht nicht mehr rede, war es Yoda. Nein! Was, du bist doch nicht mal bei mir. Irgendwer ist gefallen. Ich glaube Spaller hat sie da irgendwo runtergejamt. Ah, ich leb noch. Ich hab nämlich da rechts runterf Olha gesehen. Ah, oh Gott, ich bin bei Vanitas. Advanced. Swag Vans like a diamond Er ist hinter mir, das heißt wenn ich gleich sterbe, war er... Oh Gott irgendjemand schießt Ich weiß nicht Es ist... Swag Vans like a diamond Wahrscheinlich aus dem Turm So Swag Vans Swag Swag Yoda möchte ich ablenken Ja Weil ich nicht weiß wo wir alle hingelaufen sind Dann will er mich gleich erschießen Gibt die alle auf dem Turm, hallo? Oh Yoda ist da unten Ja und da war ein Fass, weshalb ich da nicht mehr stehen wollte Warte, ich schieß mal drauf Hallo Blubster Und darauf auch Jetzt bin ich wieder safe, hallo Hallo William Hi Und ich bin hier oben mit Vaik Und da hinten steht noch Vanitas Und Vaik war ein... Unschuldiger Scheiße Blubster ist Traitor Der hat eine Bombe gelegt, ich hab sie gerade gesehen Au, jemand hat auf mich geschossen Ich bin in den Tod gesprungen Ah, ich... Blubster, Blubster ist oben auf dem anderen Turm, auf dem hohen Turm Wo Spaller gerade war Auf welchem... Wo war Spaller, ich hab's nicht gesehen Welcher von dem Turm Äh... Da wo... Ach so, da wo ich gestorben bin, ah ok Blubster ist down Irgendjemand muss hin und ihn identifizieren Nein Ich dachte da wär das Ding gewesen Mh... Die Brücke Oder nur wegen dir musste ich aus dem Versteck rauchen Ja... Kann ich was dafür? Ja... Du hast doch genau gewusst, dass ich dort bin Äh... Ne... Weil ich kenn das Versteck ehrlich gedacht gar nicht Yeah, ich spawn erstmal Und hab erstmal intent weniger Leben Ja, aber du wirst eh voll gereckt am Ende Der Prep Time Ich hab schon sogar keine Granaten mehr geworfen Fällt mir auch Ich muss mir ein paar Granaten werfen Hey, hey, hey Ein bisschen Unruhe zu stiften Hey, 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 hey Ein bisschen Unruhe zu stiften Guck mal hinter dir Hinter dir Hinter dir Traitor, hier guck mal Granate Alter, Alter, Alter Alter, Alter Lauf um dein Leben weg, lauf weg, lauf Alter... Alter, das ist fast um die Wand zu Oh, ich hab Schaden bekommen Oh, du... Bist du wenigstens auch tot? Nein Nein Oh Mann Loll Was für was war das? Hä, auf mich wird hier geschossen Ich bin's nicht Also ist es tot was? Nein Also sind es... Wer lebt denn noch? Ne, mein Spaller ist grad Hat sich wieder selber umgebracht Dann ist noch Waik und äh... Benz oder nicht Waik hab ich grad einmal gehittet Fans auf dem Turm Und ich glaube, sie ist ja da Man muss vielleicht doch klubster Man schießt aber auch viel, wer zu mir kommt Ganz einfach Wird auf jeden Fall nicht auf einer Position bleiben, weil da könnte ein Bomb sein Irgendwer ist gestorben wieder, ne? Ich habe jemanden stöhnen gehört Ich weiß aber nicht, was das bedeutet Da war schon mal eine Bomb Ups, da lebst du noch? Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Der war schlecht Der war schlecht Oh, ich bin selber umgebracht Hahaha Ich wollte gucken, ob der die explodierende ist Ah, ich kann schon wieder keine Sachen irgendwie übernehmen Warum nicht? Weiß ich nicht Wenn wir doch sowas traten, oder? Oh, noch gescheitert Nein? Sorry, Waik Hab ich Waik eigentlich getötet? Ne, der lebte noch einmal Den hab ich, glaub ich, zweimal angeschossen Ich war Tracer Ich war Tracer Das heißt, er war der der letzte, der gelebt hat? Er und ich Ah Ich hab 13 Mal mit der Rifle auf ihn geschossen Irgendwer schießt schon mit Shotgun Und das war Waik Ich glaub, war nie zuerst gewusst Ich hab schon so lange nichts mehr gesagt, ne? Ja, es liegt vielleicht daran, weil ich gemutet war Hmmmm Hmmmm Irgendwer hat Wanitas erschossen Guck mal Oh, Wanitas war Traitor Wer war der Ungarn? Achso Dann hab ich dich erschossen, nicht cool Alter, wie schnell hat Waik euch denn auseinandergenommen? Du warst Traitor, war nicht das? Ja, ich hab noch keine Worte Ich war auch gemutet, könnte deswegen nicht sagen, dass ich innocent bin Ja, und deswegen hab ich dich erschossen für Nazi Hab da nicht gesehen I did Nazi, this coming Ah, ich glaub ich bin Männer, ich fand ich gut Ich bin... Traitor Oh Oder hast du Traitor? Ah, geh weg Innocent Advanced, Advanced Innocent Verlast Genau Geh weg Hey, was war das? Ist irgendwas in die Luft geflogen Das ist Rauch Das ist Rauch Das ist Rauch Jemand hat den Klappstuhl ausgegraben Wow 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 Magnetostick Schittick, Schittick Wer ist schon tot? Wer lebt noch? Wer bleibt? Ich lebe noch Wer von euch ist Traitor? Blubster Ja Okay Okay, Blubster ist Traitor Irgendwo hier brennt was Blubster, wo bist du? Ich hätte gerne ein Gespräch mit dir Problem Warum mit mir? Weiß nicht, weil ich glaub das wird Traitor Ich seh Vaik und Yoda Ja, ich seh auch Vaik und der hat nicht auf mich geschossen Ich dachte er hat irgendwas geworfen, aber da war nichts Also Vaik ist glaube ich nicht Ja, ich hätte dich problemlos töten können Ja, das stimmt Wer ist da? Ist das Spaller? Ist das Spanner? Ist das Spanner? Ich geh jetzt an dir vorbei, ne? Oder bist du? Ich bin der Sinn Vielleicht ist es mit Vaik Der Vaik, der guckt schon so kurz Da oben kämpft der Vanitas im Tower Ja, du kämpfst in den anderen Tauern Ja, ich kann hier gerne runtergehen und runterfallen Weil ich zu durft zum Klettern bin Ja, danke, damit ich ein bisschen Deckung hab zum runterklettern Er ist da, machen sie immer noch Spanner Hallo Schmeiß dir mal auch ne Smoker ne zu Ist das wirklich ne Smoker ne? Echt? Ja, ja Ja, ich seh's cool Hallo, Vans Es ist bestimmt Vans Wann sonst würde er sowas nicht tun Ah, ich schmeiß auch ne Banate Jetzt hat er ne Waffe, er hat da Komm nicht rüber Ich bin festgestankt Lol What the? Voll gut Wer hat endlich geschossen? Irgendwer hat geschossen von euch Alter 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 Höh Okay, dann ist es nicht Van Wo ist der ganz Dein Pool Im Pool ist einer drin Im Pool ist einer Wo ist der ganze was? Wo ist der ganze was? Schau mal rein Wo ist der ganze was? Keiner? Nö, hier ist niemand Da ist einer auf dem Turm Blups, da ist er auf dem Turm Blups, da ist er auf dem Turm Blups, da auf dem Turm? Ne, auf dem anderen Auf dem linken Welcher? Der am linken Ende der Map Welcher Turm? Welcher Turm? Wike ist oben Da ist was explodiert Zwar aber keine Bomb Um rechts ist einer Wike verpisst sie immer Wenn man sagt wo er ist Darf ich auch einmal zu euch kommen? Nein Okay, dann bleib ich hier vor euch stehen Nur wenn du mich nicht wieder erschießt Oder mir ne Granate Wike hält dich verdächtig Der sagt doch nichts mehr Ja, wo ist Wike? Oben im Turm war einer Ist das war ich? Ja, da war nur Achso, da ist Wike Wike ist tot Ich geh ihn mal Ich geh schon Ja, ich geh schon Okay, geh du Nein, ich geh Ich will die Punkte Das ist Karma, ne? Er war innocent Innocent? Ja, aber er hat sich sehr verdächtig Aber er war innocent Vielleicht ist es Clubstar Oder ist es Advanced Ist es doch Advanced Boah, vielleicht ist es Yoda Das könnte ja irgendwie noch jeder sein Ich hab die Granaten zwischen die Beine geworfen Das könnte auch immer noch Vanitas liebst du eigentlich, ne? Wo ist Vanitas? Wo ist Vanitas? Vanitas habe ich beim Turmsnipen gesehen Ganz am Anfang der Runde Aber Vike kann ihn ja nicht um... Ich glaube es ist Spalla, oder? Nein! Der ist voll nett, der Typ Wer? Spalla? Erstmal bring ich Vance um Der hat eh schon keine HP mehr Au! Lass den Scheiß Mauchgranate Das muss einer von euch beiden Seit von daher Du hast schon keine HP mehr Du musst dich leider opfern Am Arsch! Ach Scheiße! Er war es! Wunderbar Blubstar Wunderbar Sei ich doch Ich hab schon gedacht, er war viel zu aufwändig Das war eine Ich frag mich, warum du mich nicht umgebracht hast Warum sollte ich? Nee, ich meinte... Äh... Nein! Reicht Counter-Strike? Mh... Ne... Muss es nicht sein, glaub ich Ne, es reicht Counter-Strike zu aus Geh mal weg da, ich möchte gleich auf das Ding schießen Okay, dann müsste ich fertig sein Ich bin... Innocent 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 Und Yoda war... Auch innocent Und Blubstar war wahrscheinlich auch innocent Scheiße Ähm... Mh... Mh... erlebt jetzt eigentlich noch hallo ich lebe spanner und tja wenn du opfer schießt oder noch auf und ich habe sogar angekündigt dass ich auf die kiste schießen was ich habe euch doch beide gesehen habe gesagt weg von der tonne weil ich darauf schießen möchte dann schieße ich auf die tonne und alle fangen an zu ballern ich bin leider immer noch traiter äh innocent ich würde kein traiter sein ich hätte weinitas auch schon längst töten können genauso wie spanner der glaub ich immer noch keine waffe er kam auf mich zu er kam direkt auf mich dann identifizieren oder ich könnte war nicht das warte ich gehe ich gehe nicht identifizieren hatte okay er hat spanner getötet meine runde zu ende spielen wenn ich das war innocent das ist ja von der verzeidigung er hat angefangen zu schlagen bevor ich geschossen habe dann ist es joda dann ist es wohl wenz der will mich nämlich um wer ist der andere wer lebt da noch mike und blubster wer ist der andere traiter und blubster blubster was ist doch blubster was der fack naja wir waren beide ok joda hat alle gezündet ich hab alle aufgepackt und war eh nur ich bin für eine runde teamwurm teamwurm oder michael michael müssen jetzt alle laden lass teamwurm spielen teamwurm 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 aber jetzt hat vance franz so übrigens tschüss bis dann